wo leute jetzt kommt zu einer neuen folge macwarrior 5 clans eine katze ich hab da verpasst war aber nichts wichtiges sie haben sie ein bisschen stücken warum die da jetzt die invasion machen dass die wolf eigentlich unnütze info geliefert haben wenn halt nun dropship im clan raum hat einen dringend damit wir endlich mal loslegen die fans und wir haben einen weiteren mech gekauft lieben hat jetzt jedoch lieben hat jetzt eine weiber mit misshalls und jaden hat jetzt eine shadowcat auch und wir springen direkt mal in flushing the nest zentenders killers was sollt 205 tonnen you were ordered to deliver results and your star has come through we have pieced together the intel recovered from your last operation and the results are promising the reports indicate valisek and his band of pirates have taken refuge in a partially dried up riverbed surrounded by a complex network of rock overhangs clan intelligence has been unable to ascertain valisek exact numbers however we have identified thermal signatures consistent with the missing dropship reactors it is our belief that valisek is using the reactors to power his secret encampment in the mountains you must insert and investigate the sources of the heat spikes once you visually confirm the target dropship reactors destroy them then the band it's will be flushed out into the open valisek will be forced to honor the batch all one way or another your performance thus far has inspired confidence cobalt star see that it continues ja dann aber wieviel droppen war 190 zwei shadowcat die viper und zwei kleine es geht war ops condor 108 approaching lz no hostiles in the area standing by for drop clearance acknowledge condor 108 clearance authorized drop at your discretion nothing on scanners opening key bay door prepare for drop cobalt star immediate deployment at the planned lz afton zepty shluts regals ok afirmative Was ist das? Die Linien, Kobold. Pirates are blocking our path. Hostile detected. I see them. Watch out. There are mechs dropping in from above. Incoming. Now, the going weapons hot. Let them show us their horse. On your target. They are down. Mute target. Incoming. Missile. Target. Destroyed. Sack. New hostile detected. Raven. Target. One target down. Scanner einschmeißen, aber sieht nicht danach aus, ob wir was scannen können. Target. Target. Be hostile detected. Fire starter. Target. Focusing on your target. Be hostile detected. Target. Focusing on your target. Enemy destroyed. Target. Oh. New hostile detected. Engaging your target. 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 Destroyed. We have incoming. Was ist das? 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 Ich sehe ihn nicht mehr mit dem Cover und Leid aufstehen. Sehr gut. Ich habe jetzt schon Tor so offen. Halleluja. Machen wir mal bis wir mehr auf Entfernung gerade, was? Tor so muss ich nicht verlieren. Wir wollen nur so früh in der Mission. Was ist das? Naja. Es sind halt nur Priaten hier, ne? Sollte da nicht ganz so großkotzig sein. Wolverine! Ah! Was ist das? Wir sind Titan. Wir wollen schnell Barsche rein. Wir sind Schmacht. Ich bin Schmacht. W existem Schmacht. Wir sind Schmacht. Wir sind Schmacht. Also, wir werden da, wir haben wir zum Skit. Pallasek muss know we are targeting the dropship cores by now. They will get more desperate. It's this time they cannot use this to lure us into a trap. They'll try. No, it's not enough time to scurry into another hole. A cornered animal will do what he must. That is why we need to watch our step. Sensors are tracking heavy resistance ahead. Must be closing in on the second dropship core. Aff, stay sharp. They may try and spring a trap. If they're clever enough to crater us, we deserve our fate. Do not be in such a rush to die with you. Your brain is bigger than the average Surin. You might come in handy out here. Alles schön hier hin. Und on. Ich möchte jetzt ungern einfach so reinbrennen. Jetzt rum reinbrennen. Ach, daneben geschossen. Scheiße. Mech B. Ich weiß nicht, ob ich den Scope jetzt auch rauskomme. Schau. Schau. Alle mir nach. Ich will gar nicht wissen, was da noch auf die Zukunft kommt, wenn die jetzt schon Kurse herausschicken, ne? Da war noch grad was. Zerstört. Ich will mich nicht nehmen. Doch, okay. Windicator. We are on your target. Jumpjet. Fuel. Love. Missile. Jumpjet. Fuel. Energy. Heavy. All by. The enemy next eliminated. New target. Down to target. Ne, puszczcie zämpie się. 2.1 mit Schumpschitzung So, gucken wir doch mal auf. Oh, the communications array, wasn't that? Scan mode, disengaged. Is that what? Scan mode, engaged. Scan, salvage. Marked for the cover. Scan mode, disengaged. You have more hostiles incoming. Shred them. Dying in service to Palisade. New hostiles. They will get what they deserve. Gentlemen. New target. Ooh. Ooh. One sec. Knock attack. Get out. Engaging. Oh, yeah. Okay, I got it. So you got a fire, now. I got the fire, now. Oh, yeah. Yeah. Oh, Spiders auch weg. Scan the down mechs, and see if you can gain access code. Ah. Scan complete. Liam, does this look like what we need? Yeah, these should work. Considering what he has done, I am surprised Valsic does not try to escape off-world. Why would a king abandon his kingdom? Oh, it's fine. 2 und 4 Einmal ganz schnell hier unten gucken, ob wir nicht vielleicht auch noch ein bisschen salvage oder sowas haben Sieht aber nicht aus Es ist okay Junkjet, fuel, low Skyload, disengaged Alles Kommt hier hoch Also ihr guckt wahrscheinlich alle auf den Rohr Mitkommen Wenn die wissen, was hier oben steht Oder will ich jetzt wissen? Ammoe? Was ist das? Was ist das? Ja, erstmal reparieren, kann nicht schaden Es gibt allerdings auch nur eine Repairway, so wie es aussieht Die Naomi lasse ich mal hier oben Ja Ja Okay Ach, ist sie nicht weiter untergeflogen, krank Ja 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 Bevelin Bevelin Left leg down Abstar commander on your target Stand for me! Target destroyed. Cobalt Star, Condor 094 inbound. Advanced and marked extract point for pickup. Good copy. Moving to extraction zone. Jut, Jut. This is Star Commander Jaden. Standing by for evac at extraction zone. Valisek and his forces have nowhere to hide. Keep your Star Combat ready Cobalt 1. Prepare for a hunt. Na gut. Wackel du mal vor dich hin. Level 5. Ja, so ich zum Kleben. Auch nice. Cut scene. Star Commander. Hey, Naomi. Can you hold up for a second? I just wanted to say, good work out there. And sorry for not reaching out sooner. No apologies needed Star Commander. Jaden. It's fine. When we are off duty. Aff. Jaden. Truth be told. I am happy for a chance to see action for a change. For a change? You have fought in the trials before. Guiaf? Aff. But that was nearly a decade ago. A decade? I formerly served with the Jaguar Grenadiers. But my Galaxy Commander, Andreas Showers, stifled my career by bidding away my Star at every opportunity. Ridiculous. Why not challenge such an obvious insult? My entire Star did. Unsuccessfully. Did you try transferring to another galaxy? Aff. But Andreas barred it. The sick bastard kept me around to pad the cut-downs of his bidding. After Andreas died, I successfully petitioned Commander Perez for a transfer to Beta, where I was paired with you and your Sipkin. Well, you have been a valuable asset to us so far. The Grenadiers lost out. Thanks. This invasion is my opportunity to make up for lost time. This may be my last chance to make something of myself. And to avoid reassignment to a Salama cluster. Those clusters... They are for the old and dying. You have plenty of time before that day comes. Time comes for us all young kit. If you live long enough, you two may have to come to grips with that reality. But... Thank you, Jaden. Your optimism is a refreshing change from the one-upmanship I am used to. Naive as it may be. Level 5, Nova freigeschaltet. Nova? Facilities? Marketplace? No. 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 viele Halo calls ... No. 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 Was gar nicht meins sooooo bandsauert. Fröhnen ... T range rear das Via Semile. No. 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 research ist immer noch kräftig im researchen aber ganz kurz in die nur 66 double teams für zwölf ihr medium laser ist schwierig die feuer power ein bisschen unpartig zu sehen die ganze woche sehen wie viel die situation die haben gut aber das wert für heute und ich wünsche noch bis zum nächsten schau